Ich bin ganz ohr. Pelagos, passt auf die Provosten auf. Kommt, befreien wir den Jünger von seinem Schmerz. Danke, danke. Wir fangen an, wenn ihr bereit seid. Legt eure Bürden vor mir nieder. Ihr kennt das Ritual, Jünger. Öffnet euren Geist. Möge die Vesper ihn läutern. Ja gut, ich... Warum tut das weh? Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Bleibt ruhig. Vertraut auf den Prozess. Wie soll ich dem Prozess vertrauen, der unsere Aspiranten zu Staub zermalt? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Es gibt für euch nur einen Weg, Jünger. Und zwar vorwärts. Durch diesen Schmerz. Wie erträgt ihr das? Wie könnt ihr sie ungerührt leiden sehen? Ich brauche ein Ziel. Unser Glaube bindet uns alle. Dieser Pfad ist uns bestimmt. Wir werden fallen. Wir alle. Dieser Pfad führt ins Verderben. Ich kann sie nicht retten. Nicht einmal. Mich selbst. Nicolán. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, dann werde ich einen anderen finden. Ich kann euch nicht helfen. Aber vielleicht der Tempel der Loyalität. Es ist schon zu spät. Sie kommen. Und ich werde an ihrer Seite stehen. Was beunruhigt euch? Nichts, ich. Iridia! Die Schutze! Sie... Verschmähte! Der Tempel ist unser! Diese Stimme... Nein!